in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz easy in der dritten zone die bounty aufträge machen könnt und sogar teilweise boss zombies one shoten könnt die waffe die ihr dafür braucht ist die vr 11 wunderwaffe und diese bekommt ihr entweder durch aufträge in der dritten zone im dunkel äther oder durch erlegen des roten wurmes und zwar müssen wir die vr 11 wunderwaffe erst auf pack up an stufe vier bringen ich zeige euch jedoch vorher was für ein unterschied das macht erst tötet die zombies mit pack up an stufe drei und danach mit vier fangen wir auch direkt mal an mit den jünger mal sehen wie viele schüsse wir brauchen eins zwei und drei schüsse brauchen wir für den ganz normalen jünger mit der vr 11 wunderwaffe auf pack up an stufe drei als nächstes töten wir den mimika und für diesen brauchen wir zwei schüsse auf pack up an stufe drei damit wir ihn umlegen als nächstes machen wir weiter mit dem mangler vom bounty auftrag er braucht bis jetzt zwei schüsse ich muss ja erstmal die zombies wegbekommen drei schüsse so der vierte schuss sitzt hat immer noch nicht gereicht fünf schüsse und sechs schüsse um ihn down zu bekommen weiter geht mit dem mimika vom bounty auftrag und für den brauchen wir eins zwei und drei vier ganze fünf schüsse habe ich für diesen hier gebraucht einen ganz normalen mangler habe ich leider nicht gefunden da die vorher schon von allen anderen gelegt wurden aber ich zeige euch jetzt den pack up an stufe feglisch für die wunderwaffen und zwar muss die wunderwaffe im zweiten waffenslot sein dann müsst ihr einen jugger not werfen den kriegt ihr für 10.000 punkte aus dem shop in zone 3 und wenn euer jugger dann da ist dann droppt eure beiden waffen hebt den jugger auf und ihr werdet sehen wenn die zeit vom jugger abgelaufen ist dass eure waffen noch auf dem boden liegen aber ihr die wunderwaffe als grau version noch auf der hand habt die die auf dem boden liegt kann noch ein kollege von euch aufheben wenn ihr wollt aber ihr braucht diese hier als nächstes packen goldene schüsse drauf und punch die waffe dreimal und somit ist die waffe so stark als hättet ihr sie viermal gepanscht mal sehen wie viele schüsse wir mit dieser waffe jetzt brauchen für diese ganzen boss zombies fangen wir an mit dem mimika mit dem ganz normalen und zwar brauchen wir für den hier nur sage und schreibe einen einzigen schuss und er ist down falls ihr probleme haben solltet die vr 11 wunderwaffe zu bekommen da könnt ihr auch gerne meinem discord server joinen und dort unter drop chat nachfragen ob jemand vielleicht die wunderwaffe noch über hat und euch sie droppen kann der link zu meinem discord server ist in der video beschreibung und auch auf meinem kanal verlinkt machen wir weiter mit dem bounty mega scheusal wie gesagt leute konnte ich den vorher mit pack up an stufe 3 nicht killen weil keiner auf der map war aber ich kann euch trotzdem versichern dass ihr den trotzdem nicht so schnell down bekommt wie jetzt mit pack up an stufe 4 ich muss hier erstmal die ganzen zombies kurz legen damit ich in ruhe auf den schießen kann ihr wartet bis er den strahl auf euch schießt schießt einmal in seinen kopf rein und sobald der andere kopf leuchtet schießt sie nochmal drauf und ihr seht leute zwei schüsse habe ich gebraucht um den mega scheusal vom bounty auftrag down zu bekommen als nächstes nehmen wir uns den ganz normalen jünger vor und für den brauchen wir auch nur einen einzigen schuss und er ist down mal eine frage an euch mit welcher waffe spielt ihr denn gern in zone 3 und farmt die aufträge schreibt es ihm bitte in die kommentare weiter geht's mit dem bounty jünger und für den brauchen wir ganze zwei schüsse und der ist auch down seid mir ehrlich leute ist das nicht unglaublich wie einfach das mit der wunderwaffe ist und machen wir weiter mit dem mangler und für den brauchen wir eins und zwei schüsse zwei schüsse dann ist der mangler auch down falls ihr wollt dass ich in zukunft noch mehr waffen vorstelle wie stark die sind in zone 3 und bei bossen dann schreibt es mir auch gerne in die kommentare leute ich lese mir alle kommentare durch und ich würde mich dann an dieser stelle gerne von euch verabschieden falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls du noch kein abo auf meinen kanal hast dann kannst du jetzt ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren damit du immer auf den neuesten stand bleibst und in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao